Warum hilfst du mir? Was ist da für dich drin? Willkommen! Ich hab was Neues für dich, Partner. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Das hab ich nicht immer, vorrätig Fremder. Angenehme Reise. Nicht so leicht, jemandem zu vertrauen, der mal für Umbrella gearbeitet hat. Du weißt es also. Umbrella ist erledigt. Und die brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Worauf bist du aus? Ich will mich wohl in meiner Haut fühlen. Es wieder gut machen. Sowas in der Art. Scheint, als hätten wir Gesellschaft. Was machen wir? Ich weiß nicht, glaub mir. Das war nicht lang. Ja, ich muss mich auch machen. Ich weiß nicht,olina. Wir haben mehr Oh, 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 oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Bei der Rüstung. Sorry, hat unsere Kleinkopf beschäftigt. Hey, wo willst du hin? Leon! Leon! Noch ein kleines Geschenk für dich mitgebracht. Leon, schießt auf! Los geht's! Sehr schön, genau wie geplant. Alles klar, geben wir ihm den Rest. Hey, ich glaub, hier können wir durch. Na los. Hä? Wie sieht's aus? Okay, ist offen. Mann, war das anstrengend. Die Pferchen, die Dinger sogar... ...hier unten ein? Das hier ist für Sie heiliger Boden. Hier unten haben Sie Last Plagas entdeckt. Eingeschlossene uralte Bernsteinvorkommen. Na klar, was auch sonst. Du willst doch nicht etwa mit diesem Ding fahren. Siehst du noch eine andere Möglichkeit? Schieb uns an, Sancho. Schieb uns an, Sancho. Wen nennst du hier Sancho? Na also, wir fahren. Damit sollten wir etwas Zeit gewinnen. Ich glaub nicht, was ich hier mache. Hey, wir haben's eilig, oder? Ach, übrigens... Was noch? Stehst du auf Nervenkitzel? Roar! Wir entgleisen! Gegenleben! Scheiße, das Ding wird kippen! Scheiße! Unternimm was gegen diese Bretter! Hey! Wechsel das Netz! Wenn nicht, sind wir Matsch! Wir kriegen Besuch! Ach, auf! Noch ein Stich! Es ist kaputt! Gut! Ablos, guter Stehlo! Guter Stehlo! Da wohnt! Sieht nicht gut aus. Ich hoffe, die Lohre hält. Links, Kuhlwörf! Es geht nach rechts! Weg nach rechts! Weg nach rechts! Weg nach rechts! Das war's. Was ist das? Träum weiter. Jetzt geht's erst richtig los. Einer weniger. Okay, weiter geht's. Nicht nochmal. Hey, willst du was? Ich höre! Wir haben ein Problem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Macht denn viel Spaß! Mehr Bretter! Linksturbe! Wir entgleisend! Hilf mir mal kurz! Scheiße, das Ding wird kippen! Schuss, Schuss! Das Ding ist ziemlich mitgelockt. Pass ein bisschen auf, okay? Hey, die Kippen zur Seite! Wir entgleisen! Hilf mir mal kurz! Guck mal! Dort haben sie die Vollertüten ausgeklafen! Oh, Mann! Oder? Womit hab ich das verdient? Auf dem Weg außenrum kommen wir auch hin. Na los! Ist das nervig! Ich hasse Insekten! Wie wär's, wenn du dich um die kümmerst? Wie wär's mit... Ich hab's geahnt! Pass auf! Diese Dinger können sich tarnen! Ich hab's ge gak touchdowns! Als es mein Ding ist, kann ich um ihn swoimmi. Ich hab neue Wareauflage. Willkommen. Hab seltene Ware im Ange... Weiterhin viel Glück, Fremder. Ich hab nur die angenehme Reise. 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 Was ist falsch daran, das Gleiche für mich zu bauen? Was ist falsch daran, das Gleiche für mich zu machen? Was ist falsch daran, das Gleiche für mich zu machen? Was ist falsch daran, das Gleiche für mich zu machen? Was ist falsch daran, das Gleiche für mich zu machen? Was ist falsch daran, das Gleiche für mich zu machen? Was ist falsch daran, das Gleiche für mich zu machen? Was ist falsch daran, das Gleiche für mich zu machen? Was ist falsch daran, das Gleiche für mich zu machen?